So, Photoshooting Diary die zweite. Wir machen weiter. Das Wetter ist bombig. Alter, das ist eine Arbeit. Ganz hart. Hier, Steff, auch hart am Arbeiten. Einmal mit dem. Freut ihr euch auch so sehr? Super. Wir sind der Begeisterung. Es kommt doch alles ins Hinterdächt. Yeah, yeah. Ja, komm. Get some free. Yeah. So schön. Das ist unser Bühnenoutfit. Der arabische Sänger. Hey. Und noch ein kurzes Aufmerksamkeit für diese Kornössenschuhe. Vielen Dank. Julian hat auch mal Schuhe an. Sehr schön. Und ich habe die schönsten Farben der Welt auf meinem Pullover. Tada.